hallo meine lieben herzlich willkommen zu einem weiteren kpop review und ja heute ist es eine girl band ich wurde vor der weile in den kommentaren gefragt ob ich überhaupt jemals ein girl band album an boxe oder ob ich überhaupt welches überhaupt eins besitze und ich dachte ja tue ich und hier ist tatsächlich auch eins und zwar es ist das erste mini album von nature einem so pretty und es kommt in zwei verschiedene versionen einmal hier in good morning girls und einmal hier in moonlight ja und ich denke mir ja mal fangen wir einfach mal an mit good morning girls so glaube ich nehme den so ein bisschen zurück so gut es geht ja wie man schon sehen kann dieses comeback ist nur zu acht gaga ist soweit ich weiß in china und macht gerade ihren ich glaube ihren schulerschluss fertig was ja sehr vernünftig ist so hier haben wir die tracklist fünf komplette tracks und drauf also keine instrumentalversion dieses mal blumendesign natürlich wieder einmal weil ich meine es ist nature so zuallererst was ich wirklich richtig nett finde ist in beiden versionen ist ein mini poster mit drin das finde ich schon mal sehr nett vor allen dingen es ist halt auch nicht so riesengroß wie normalerweise so offizielle kpop poster sind jemand der vielleicht nicht ganz so viel platz an den wänden hat so wie ich zum beispiel für den ist das vielleicht tatsächlich die kleine alternative ein poster das nicht so riesengroß ist dass man sich dann aufhängen kann so hier vorne drin bevor wir ins fotobuch gehen haben wir gleich erst einmal wo aber komm raus die cd so pretty nature the first mini album farbe passend zum rest des albums so da sind alle medel zusammen wir haben da einmal jutsche ich mag diese haarfarbe diese zuckerwacken farbe finde ich total schön dann haben wir dann haben wir Aloha Oh, da sind die Fotokarten, da kommen wir gleich zu Haru Sunshine Sebum Ja Und dann geht noch jede Menge Gruppenfotos Ne, also wie man sehen kann, wie die Ausgabe Good Morning Girls ist so ein bisschen fröhlich, happy, süß So, hier hinten sind die Lyrics drin So, und das ist das Foto-Buch gewesen Und dann Zwei Fotokarten sind mit drin Und ich habe hier einmal Sebum Und einmal Ups, Loha Sehr schön So, das war die Good Morning Girls Version und dann nehmen wir uns mal die Moonlight Version vor Farbe ein bisschen anders Styling hier natürlich auch ein bisschen anders, wie man sehen kann Ansonsten ja, hier hinten Und auch hier Soweit alles das Gleiche Und auch diese Version Kommt Mit einem kleinen Mini Poster Ich persönlich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die wirklich aufhängen soll Ich finde die dann immer irgendwie Ja, so ein bisschen zu schade vielleicht dafür Aber, naja Schauen wir mal So Dann auch hier einmal Ja 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 Die sieht genauso aus, wie aus der anderen Version Hat halt nur diese violette Farbe Aber ansonsten ist da kein großer Unterschied So So Und hier haben wir dann natürlich ein bisschen anderes Styling Geht wieder los mit Juche Dann mit Sunshine Also die reine Folge ist hier ein bisschen anders Haru Serum So Zu den Fotokarten kommen wir gleich Loha Lu Ich muss ganz ehrlich sagen Diese beiden Fotos von mir sind der Hammer Chebin Aurora Und Gurkenfoto So Und dann, ja, hier hinten dann noch einmal jeweils so zwei Einzelfoto von Von jeder Dame Die einzelne Fotos, muss ich sagen, finde ich hier Äh Äh Noch ein bisschen besser gelungen Also irgendwie Dieses Fotobuch gefällt mir noch ein klein wenig mehr als das andere, muss ich sagen Ja Dann hier hinten halt, ja, auch wieder die Lyrics drinnen Ja Und dann, wie es der Zufall wollte, auch in dieser Version habe ich einmal Sebum und einmal Loha als Fotokarte Das war nicht beabsichtigt Das ist echt, ja, kompletter Zufall Aber gut, ich beschwere mich nicht Und, ja Auch die finde ich sind Sehr, sehr schön So Packen wir alles mal wieder hier ein Dass nichts verloren geht Und drücken wir alles nochmal schön ins Bild So Ja Und ich muss sagen Ähm Ich war sehr gespannt auf Nature als erstes Mini-Album Und äh Es gefällt mir wirklich gut Also ich mag äh Den Titelsong I'm So Pretty mag ich sehr gerne Auch die anderen Songs auf dem Mini-Album finde ich sehr schön Ähm Sind nicht alle wie der Titelsong Es ist auch ein bisschen Es ist ein bisschen abwechslungsreich Was ja nie verkehrt ist Und ähm Ja Was ich einfach klasse finde Ist, dass die Mädels halt einerseits dieses Ähm Ne So ein bisschen verspielt Cute machen können Aber eben auf der anderen Seite Auch dieses Ein bisschen mehr elegant Ein bisschen mehr edgy Also Ja Kann man sich quasi aussuchen Was man jetzt lieber hat Oder man ist so verrückt wie ich Und kauft sich einfach beide Versionen Also lohnen tut sich's auf jeden Fall Und äh Wie gesagt Dass bei beiden noch dieses Mini-Poster auch noch mit dabei ist Ähm Das find ich auch sehr sehr schön Okay Ich hoffe, dass diese kleine Review euch gefallen hat Und ähm Dann sag ich mal Vielen Dank fürs Zugucken Und wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Macht's gut Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen